Es ist 7 Uhr früh, Freitag, der 3. November. Ich habe keine Zeit für Frühstück, deswegen gibt's Peanut Butter. Herzlich Willkommen zu Vlog Nummer 4. Du hast ein schönes Schachtelchen heute, finde ich. Das ist mein Perückenkoffer. Es wird nämlich der aufregendste Vlog, den wir jemals hatten, weil wir das erste Mal dieses Wochenende Elisabeth performen. Franz, was sagst du dazu? Es hat mich sehr gefreut. Oh oh, wir sind schon wieder die Letzten. Sind wir die Letzten? Ja. Scheiße. Der Mann hat gesagt, Familie Menzingen nächstes Mal zeitgerechter kommen. Ja. 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 Ein Miniflugzeug. Ein Miniflugzeug, ja. Paribot macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und da ist der Perückenkopf. Gut, ist jetzt deine Verantwortung? Ja. Delegiert. Delegiert. Kurzfristige Delegation an Monika Menzinger, bis wir in Baden-Baden in meinem Hotelzimmer angekommen sind. Ah nein, bis wir aussteigen, was wir angekommen sind. Ab dann ist meine Verantwortung. Ja, dann können wir es uns neu ausmachen. Okay. Nach der Sessi-Performance habt ihr ein Interview mit Markus Brock, mit dem Moderator. Und da wäre es von Vorteil, wenn der Wadi in seiner Eigenschaft als Franz Josef die Worte fällen anfallen lässt. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Möglichst mit Hof. Sag mal. Übe mal. Übe mal. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. 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 Schönbrunnerdeutsch. Schönbrunnerdeutsch. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Papa, sag nochmal vor. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Und die Hand war vorher besser. Mach nochmal mit Hand. Aber ich kriege nicht die Nasale. Vielleicht müssen wir einfach deine Nase vorher verstopfen. Also echt, ich bin so froh, dass ihr mit seid. Weil was würden wir ohne euch hier machen? Ja, ich wollte jetzt offiziell deklarieren, dass ich würde gerne übernehmen den Job des Rechnungscenters. Papa, was sagst du dazu? Du bist aktuell amtierender Rechnungsbeauftragter. Keine gute Idee. Du brauchst einen Drucker und einen Fax. Aber wieso? Ja, die Rechnung hat drücken. Wie hat er zum Gebäude? Hahaha. Hahaha. Rrrrrrrr. Rrrrrrrr. Rrrrrr. Wir sind angekommen, haben uns in unseren Zimmern gemütlich gemacht und jetzt auf der Suche nach einem Lokal zu essen. Hallo. Wadim, würdest du mit der Statue tanzen? Ich weiß es nicht. Komm. Er schaut besser aus als ich. Er wird den Metal gewinnen. Bist du sicher, dass du nicht mit ihm tanzen möchtest? Ich habe Angst vor dir. Geh ein bisschen näher. Er mag dich. Komm. Ich habe Angst vor dir. Was ist denn? Was passiert, wenn ich einen Dörfer mache? Ich mache das Silence. Ich habe Angst vor dir. Ich habe Angst vor dir. Kannst du nicht machen? Liebe auf den ersten Schluck, das beschreibt meine Kaffee-Liebe perfekt. Das könnte man auch für grafische Filme benutzen. Das ist, was ich immer, immer, immer mit Verdien mitmachen muss, immer perverse Witze. Das schaut super aus, oder? Lass uns umziehen. Geh mal in unsere typische Garderobe. Ja. Probenzeit. Das erinnert mich ein bisschen an ein Rathaus, muss ich sagen, irgendwie hier oben. Probenzeit. Probenzeit. Franz. Sissi. Franz. Sissi. Franz. Es hat mich sehr gefreut. Wir sind die Ersten, die Probe haben. Das erste Paar, es werden mehrere Paare auftreten. Oksana Lebederb und Pavel Zwitschaini. Oksana kennt sie von Let's Dance von Attila Hildmann und ist eine der absolut besten Latein-Damen auf dieser Welt. Anette Sudol und Simone Segatori. Standard Weltmeister. Super, super, top, 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 one of the best Ballroom Couples in the world. Und wer ist hier? Hier haben wir die Top Best Couple in the world. Four Times World Champions. Du Anlieber. Du Anlieber. He is all right. I have to say that. Four Times World Champions with Showdance. Let's Dance Winner, Katrin Menzinger and Dancing Stars Winner, Vadim Garbo. So. Schau bei dir, wir haben eine doppelt so große Garderobe wie sonst. Geil. Das ist nämlich eins und zwei. Darf ich in eins sein? Ja, klar. So, aufwärmen für die Probe. Wenn wir die Musik nochmal von vorne haben, wir steigen, dann wollen wir noch ein bisschen auf die Stelle kommen. Danke. Danke euch. Gut. Wir ziehen uns schnell um für Refugees, kommen wir in fünf Minuten wieder. So. Umgezogen für die zweite. Jetzt gehen wir zur Probe Nummer zwei. Der Tanz ist für uns ein bisschen gewohnter schon. Aber wir müssen uns trotzdem konzentrieren. Genau. Die Fläche ist super picky. Ja. Ja. Hallo. Hi. Das sind Oksana Libediev und Pavel, sag deinen letzten Namen. Sweet China. Sweet China. Weltmeister Showtanz Latein im anderen Verband. Und die beiden werden mit uns zusammen, mit Annette und Simone, die ich euch später vorstellen werde, tanzen. Okay, sind wir bereit? Ja. 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 Ich bin sehr gespannt. Ja. 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 Ich bin sehr gespannt. Ich will zwei Steine. Ich will anfangen und ich will die letzte Häppchen holen. Es kommt nicht ganz raus. Sie singen den Tod. Wenn wir den anfangen, dann singen wir noch einmal und das Ende. Super, danke. Vielen Dank. Das war's. Franz, Sissi und die Flüchtlinge sind out. Prost, Franz slash Flüchtling. Ist ja da ein schönes Getränk. Ohne dem kann man nicht durch. Ich bin echt stolz auf uns. Weißt du warum? Weil die Woche, so hart wie diese Woche war, könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. Wir sind gestorben, haben jeden Tag jede Minute trainiert, choreo noch bis zum Schluss verändert und sind einfach körperlich am Ende. Und das jetzt trotzdem Vollgas mit voller Energie durchzuziehen. Wir haben jetzt eine gute Probe. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ich bin so happy. Danke dir. Wir möchten euch noch ganz gerne vorstellen. Simone Segatori und Annette Sudol. Hallo. Sieht man euch? Ja? Ist das auch so blau jetzt? Ja. Die beiden sind unglaublich fantastisch. Weltmeister-Standard, dreifache Weltmeister-Show-Tanz-Standard. Und die werden mit uns morgen Show tanzen. Genau. Was tanzt ihr morgen? Wir tanzen alle fünf Tänze. Alle fünf Standard-Tänze. Und auch Kür? Ja, auch die Kür. Gehen wir zu den Eltern essen. Wir sind schon im Restaurant. Halt noch. Ich habe Hunger. Ich will Maultaschen wieder. Du hast zum Mittag Maultaschen gegessen. Dann will ich, weißt du was ich will? Etwas deutsches. Ein Rehrücken. Oder ein Stück Fleisch. Schau, es ist Vollmond. Tanzt du jetzt? Ja, passend zum Vollmond. Warte mal. Singst du? Sing ich oder singst du? Ich kann nicht mehr. Das ist alles, was ich kann. Sag mir die Choreografie bei ihm. Du weißt sie besser. Machst du sie? It's after midnight. Refrain? Willst du Refrain? Anfang. Okay. Da 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 da. Da 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 da. Nein, es ist. Da 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 da. Es ist. Das habe ich auch schon gemacht. After midnight. Da 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 da. Das ist jetzt nicht mehr Thriller gewesen. Das war. Zeig mir noch, weil ich möchte mit dir angeben, deine besten Michael Jackson Moves. Und Vadim ist ein richtig, richtig, richtig begnadeter Michael Jackson Tänzer. Er ist Fan seit dein Kindes und hat alles gelernt. Guckt mal. Ja. Zeig mir seitlichen Moonwalk. Woo. Go Michael. Seitlicher Moonwalk. How freaking awesome is that? Ich kann den rückwärts Moonwalk. Aber seitlich. Die Stufen? Geht das die Stufen hoch? Mach mal Moonwalk die Stufen hoch. Wooh. Prost, auf die Welttanzgala und auf Papas Geburtstag. Wir schließen den Abend ab mit einem Abendspaziergang. Papa, lieferst du noch eine Pizza aus? Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Und wo ist die Mama? Mama schaut Schmuck an. Beim Schmuck. Ist ja klar. Siehst du, ich hatte auch so fünf reine kleine Mitratzerrumpf. Ich kann gar nicht gehen. Vom Rotwein? Ja, ich bin das ja nicht gewohnt. Komm, hack dich bei mir ein. Wir gehen jetzt noch zurück ins Hotel. Und das war der heutige Tag. Gute Nacht. Und das war schön. Ja. Ja. Schaut sie, wie schön das ist. Ich habe das selber kreiert. Normalerweise ist mein Frühstück nicht schön aussehend, aber dieses Mal schon. Katerina, was ist das für eine? Erzähl, Leute. Ich nehme das nicht. Die Leute wollen deine Geheimnisse wissen. Kannst du bitte erzählen das System von Tabletteneinnahmen, das du hast? Ich nehme zuerst einen Schluck Wasser, um damit quasi eine Überschwemmung in meinem Mund zu kreieren. Ja. Und dann erst kommt die Tablette rein und ganz wie durch Zauberei flutscht sie dann an Frauen. Action! Das ist die Rechnung. Vadim! Dein erster Job. Ja. Als Rechnungsbeauftragter. Ja. Ich habe sie nicht kreiert, aber ich werde sie weiter reichen. Zumindest mal übergeben für den Anfang. Ja. 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 Die S*** ist so groß, wie du wissen den Nicewe여�我 charbel in der Beschreibung. Sie ist aberこの S*** ist so groß. Ich weiß nicht, was du ehrlich überhaupt sagen. S***ing hey, 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 b****. Franz Josef würde sagen... Es war so schön, es hat mich sehr gefreut. Wir sind glaube ich habe eine Sprachbehindere. Und auch für 2. Und deswegen wünsche ich jetzt allen Toi Toi Toi, nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und viel Verknübeln bei unserer Generalprodukte. Dann kommt Standard, Latein und ich weiß, dass die alle kürteln, sondern da kommt schön. Alles klar? Ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier zusammenkomme. Ja, das haben wir nicht gemacht. Brauchst du einen Schornsteinfeger? Einen was? Let's go! Let's go! Let's go! Ich habe eine große Bitte an Sie alle, bitte jetzt keine Fotos machen, nicht filmen und das Ganze schon gar nicht irgendwo ins Netz stellen. Hier sind Sie mit Ihrem neuen Werk über die österreichische Kultfigur überhaupt, Katrin Wentzinger und Vadim Garbuzov mit der Weltpremiere von Elisabeth. Elisabeth, die most iconic Empress in Austria. Wir haben jetzt noch eine extra Probe für Elisabeth. Nein. Das hatte mir nicht geklappt. Nein. Die Musik war zu früh. Ja, Herr, das hat nicht geklappt. Superschnelle Essenspause. Es gibt Spätzle. So, ich beginne jetzt mit meiner Perücke. Erstes Mal vor einer Show. Dafür muss ich zuerst die ganzen Haare im Kopf befestigen und zwar mit Schnecken. Mit lebendigen Schnecken. Nein, ohne Schnecken. Das sind die Haarnadeln, die ich brauchen werde. Bei dem Film doch nicht. Da hört mich doch kein Mensch. Danke. Das sind die Haarnadeln, die ich brauchen werde. Ein Haufen. Das heißt, das macht nur ungefähr ein Achtel von dem Gewicht aber aus, das dann auf meinem Kopf sein wird. Ich freue mich schon so sehr. Alright, let's do this. Also das ist jetzt eine Schnecke und das mache ich jetzt zum ganzen Kopf. So, die Schneckenfrisur ist fertig und so sieht es aus. Und jetzt kommt diese Gummi drauf. Und das ist der Moment, vor dem ich Angst habe. Weil ab diesem Moment tut es weh. Auch. Autsch. What the fuck. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Was du? Was das ist an Böden? Ach. Es ist nicht ... Ha, ha, ha. Habt ihr das gesehen? Ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Warum hast du jetzt Katzen-Geräusch gemacht? Ich will nicht das Leben verletzt. Wenn man dem sich sorgt, dann kommt immer der Kater in ihm raus. Sei nicht verlässt, Katze. Okay, weiter geht's mit dem Kopfkondom. Das ist das Kopfkondom. Habe ich schon öfters diese Woche verwendet, wie man sieht. Aber... Man darf nicht zweimal benutzen. Jetzt kommst du auf meinen Kopf. Wer kommt auf deinen Kopf? Vadim nicht schon wieder perverse Bits. Das ist Vadims Asthma Spray. Vadim hilft mir. Hinten einfach die Hand reinstecken. Oh Gott. Ja. Hinten die Hand reinstecken und dann es kommt auf den Kopf. Okay. Ja, 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 ja. Ich glaub, sie hält Vadim. Das ist die liebe Martina, die Organisatorin. Ich bin immer ganz schüchtern, holl ich das. Ich bin ganz schüchtern. Aber ohne dich wären wir nicht hier. Ja, aber die Katerin ist, muss ich sagen, die Katerin ist eine kleine, die, ja. Wieso? Eine wunderschöne, gute Nacht. Herzlich willkommen zum 22. Rendezvous der Weltmeister. Freuen Sie sich auf eine Welttanzskala mit Weltmeistern, deutschen Meistern, Europameistern, aller Sparten, aller Tanzbereiche. Natürlich mit großen Armen bei den Paaren wie bei den Formationen. Ich bin ganz schüchtern. Der Kaiser wird antworten, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Geschafft. Wir haben es geschafft. Und jetzt geht es weiter. Erst eine Banane. Es war alles gut. Es war so schön. Es hat uns sehr gefreut. Wir haben eine Hebefigur allerdings nicht geschafft währenddessen. Aber wir haben sie wiederholt. Aber wir haben sie wiederholt. Das Publikum ist ausgeflippt, dass wir das gemacht haben am Ende. Genau. Das ist ein cooler Trick geworden. Wenn man am Boden liegt, immer wieder aufstehen. Rule for life. Eine Show noch? Ja. Eine noch. Viel Glück. Danke schön. Danke schön. It'll last just forever Wir lernen jetzt von Mary Poppins persönlich stemmen Wir haben noch etwas gefunden, das wir lernen können Habe ich dich getötet? Sorry! Und zwar von der Formation Pirouaten Seid sehr solid und lern so als die Pirouaten! Wir laufen jetzt kurz hoch die Mit Schönen sols zu gehen Und zwar welche Rampunkte übert werden Wooh! Herr Gerbe, wir laufen jetzt mit Schönen Wir haben sie heute gesammelt Wir haben sie über das Folgen Ich hab sie mit C goes Es geht darum, ich komme zu lange Wir haben die zehn. Ja, gut, gut, gut Wow, wow, wow Super, Mama! Bisschen mehr Strecken! Kopf raus! Bisschen mehr Strecken!